Hallo und Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, ich bin Andy und ich habe ja schon gespielt Batman Return to Arkham, Arkham Asylum, da habe ich zu 100% gespielt und jetzt kommt die Fortsetzung, Arkham City. Ob das wieder, ob ich hier wirklich alles zeigen werde, kann ich noch nicht versprechen und hier seht ihr 100% dort in dem Spielstand werde ich auch nicht haben, weil hier, ja gut, das Auge vorher habe ich auch nicht 100%, weil ich auch nicht diese, ne, ich fragte doch nicht, wo die Option, hier diese, hier Riddlers Geschichten, wo man halt solche Kämpfe und so weiter machen muss, finde ich einfach nicht interessant, habe ich nicht gemacht, werde ich hier auch nicht zeigen, aber wie gesagt, hier in diesem Spiel, im Vorgänger habe ich ja, ich spiele diesmal nur auf leicht, weil ich habe es ja schon öfter erwähnt, ja, ich möchte Spiele spielen, nicht um mich aufzuregen oder um irgendwelche Herausforderungen zu haben, nein, ich will spielen, nur wegen des Spaßes. Jetzt hören wir mal zu, die Eröffnungssequenz. Nein. Es ist nicht Batman. Wir sind Selina Kyle, besser bekannt als Catwoman. Wir können kontern, wir, sie kann alles, was Batman natürlich auch kann, kontern und. Wir wollen. Wir wollen. Wir wollen. Wir wollen. Zack. Ja. Nachdem ich mich an die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund meines Besuchs. Ja, die erste Änderung zum Vorgänger ist, wir haben auch gelegentlich die Möglichkeit Catwoman zu spielen. Und dieses ist natürlich das Kostüm für die GFC Edition, was sie hier an hat. Ein bisschen freizügig und so. Und, ja, wie gesagt, ich möchte Spiele spielen, um Spaß daran zu haben. Wie gesagt, die Herausforderung ist nicht so mein Ding. Das andere habe ich, glaube ich, auf normal gespielt, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Doch, ja, auf normal. Wie wollt ihr? Ja, äh. Wer wird sich die Scherben angucken? Sie sind so, eine Seite weiß, andere Seite so ein bisschen wie angebrannt oder so. Sehen sie aus. Das sind natürlich Two-Face Scherben, ist ganz klar. Ja, wie wollt ihr? War seinerzeit, glaube ich, eine Werbung für die Armee, für die Vereinigten Staaten, irgendwie oder sowas. Oder zur Wahl, ich weiß nicht genau. Und, ja, ich habe dieses Spiel auch schon im normalen Modus durchspielt, aber es hat seine Schwierigkeiten, weil man gegen sehr viele bewaffnete, also mit Schusswaffen bewaffneten Typen antreten muss. Ja, hier gibt es noch nicht viel zu sehen. Wir gehen einfach mal hier zum Tresor, was wir machen sollen. Und, die können Wettmann doch relativ schnell töten. Ja, sie sucht hier eine Speicherkarte. Nimm sofort deine schmutzigen Pfoten da weg. Jopp. Jawohl. 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 Ich nehme an, sie hielten sich für unantastbar. Tja, wie sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Vielen Dank. Danke, Gotham. Hinter diesen Mauern hier tragen Bandenführer inmitten unserer einst großartigen Stadt einen blutigen Krieg aus. Jeder Insasse aus der Arkham-Anstalt und dem Gefängnis von Blackgate wurde in diese Anlage verlegt. Wie soll das einen Beitrag zur Sicherheit von Gothams Bürgern leisten? Schließen Sie, Arkham City. Es ist außer Kontrolle. Ich soll es schließen? Spätestens morgen bin ich ein Held. Genau wie Sie, Bad Man. Von heute an unternehme ich alles, um Arkham City zu schließen. Und Sorken wieder zurück zu machen. Denken wir, dass ihr Ziel ist. Und stehen wir. Wir haben ihn! Los, Windau, Wayne! Wir haben Wayne! Ziel gesichert! Jop! Bruce Wayne wurde verhaftet. Recht unsanft. Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Ja, wie ihr seht, ist die Synkulation nicht ganz... Lippensynchron, aber... Ja, wir können uns umgucken. Ja, wir sind gefesselt. Wir sind Bruce Wayne. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Hugo Strange. Und ich leite die Arkham City Besserungsanstalt. Bis heute haben sie leblichen Respekt für das Gesetz, die Gesellschaft und sich selbst vermissen lassen. Von diesem Zeitpunkt an werden sie nicht länger ein Teil der Gesellschaft sein, die sie nicht respektieren. Sie wurden von den guten Menschen in Gotham getrennt. Ihre Taten haben dazu geführt, dass sie hierher geschickt wurden. Sie haben das Recht auf ein normales Leben verwirkt. Na? Während sie in meinem Gebarsam sind, werden sie die Bestimmung von Arkham bis ins Detail Folge leisten. Diese Regeln stellen ihr eigenes Überleben sicher. Regel eins. Nähern sie sich nicht der Außenmauer, die diese Anlage umgibt. Jede Annäherung wird als... Zack. Verdammt, was soll das werden? Hast du gedacht, wir hören dich nicht? Ja, ein paar Quicktail-Events und so. Verdammt, was soll das werden? Hilfe! Boah! Willkommen! Was machst du hier, Wayne? Wohl den Butler umgeregt, was? Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne! Wieder auf dem Boden! Sicher nicht! Sicher nicht! Reihe A, also wir sollen hier lang gehen! Wir brauchen nicht ganz lange anstehen! Ja, nicht von dir! Die Waffenholter! Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten! Nicht wahr? Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben! Wir wollen es ja nicht zulassen! Ja, who's strange? Von dir habe ich ja schon im ersten Teil gehört! Der war mal in Arkham, ein Doktor! Who's Wayne? Na klasse! Gerade noch berichte ich über Ihre lausige Pressekonferenz, jetzt sind wir beide hier! Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Das ist ja auch bekannter Charakter, Jack Ryder! Die Tür öffnen! Ruhe bewahren! Bleiben Sie in meiner Nähe! Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen! Ruhe bewahren! Sie versuchen uns anzuhören! Sorry man! Jeder ist auf sich allein gestellt! Ruhe bewahren! Fühlt sich nasser! Peter, wait! Wenn ich fertig bin, kannst du mit deiner Missage nur noch zum Raten! Hilfe! Ich hab deine Sendung noch nie gemacht, Ryder! Waaay, hilf mir mir! Ich kann Ryder nicht allein lassen! Und der nächste bekannte Typ, der Pinguin natürlich, Edward Chesterfield Cupplepot oder so heißt der. Hallihallo, Mr. Wayne. Oh, was ist los? Soll ich Ihren Butler rufen? Cupplepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das, nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Lache. Hey, ich hab doch hochgedrückt. Jo, er hat eben den Pinguin die Hand gebrochen. Jetzt haut er natürlich ab, feige wie er ist. Ich glaube, er hat mir die verdammte Hand gebrochen. Hilfe, lass mich hier raus. Er hat sich befreit. Wie hat er das gemacht? Ich hab dich nicht in Kamm. ja hier am anfang geht es noch aber später werden die kämpfe nicht mehr ganz so einfach sein kann ich auf wird nicht kontaktieren ich muss weiter nach oben geht's ja wir müssen jetzt hier flüchten ich glaube daher hier ist die leiter wir sind halt immer noch bruce wayne in anzug und krawatte darüber nein da lang da lang er springt ja nur an kanten wir können jetzt halt wir haben wir sind halt nur bruce wayne in anzug krawatte können noch nicht hier machen aber das wird sich bald ändern hast du meine position ich benötige einen sofortigen abwurf auf dem dach von ace chemicals ich bin auf dem weg hier hier sehen wir schon wieder so eine wand die wir auch schon aus dem vorteil kennen die können wir später selbstverständlich sprengen ja ace chemicals ist da und da müssen wir jetzt hoch ich habe in den abend nachrichten gesehen wie sie abgeführt wurden war es die ganze zeit über teil ihres planen sich festnehmen zu lassen nicht ganz obwohl mir das ein vier augen gespräch mit hugo strange verschafft hat und wie verlief es gar nicht gut er weiß dass bruce wayne batman ist außerdem hat er mir gesagt dass ihn etwas namens protokoll 10 berühmt machen wird ich kann arkham city nicht verlassen bevor ich weiß was es ist wir hangeln er halt die ganze grundüben die man schon aus dem ersten tag kennt die funktionieren selbstverständlich hier auch wieder und ja der batwing natürlich der hat uns jetzt hier eine kapsel runter geschmissen er hatte diese ja in diesem teil der batman serie wird man sehr sehr viele da sehen wir übrigens das gerichtsgebäude in dem wir gerade waren mit catwoman wird auch unser erstes ziel gleich sein werden wir hier sehr viele allen voran natürlich auch joker von batmans feind treffen wie wir haben schon couple pot gesehen den pinguin und natürlich auch hier harvey two face und ja noch viele andere gegen die müssen wir auch mehr oder weniger kämpfen aber jetzt werden wir erstmal gucken was uns der batwing hier gebracht hat natürlich den batanzug und ja damit werden wir den ersten paar wenden meine freunde jetzt sind wir batman und und wir speichern ich werde mich in der kommunikationssystem hacken genau damit können wir jetzt immer mithören was so passiert an alle einheiten die gefangene 4 0 1 1 ist im gerichtsgebäude ich wiederhole ist sie in gefahr bestätigt zielperson ist in der gewalt von dent wir glauben dass er sie töten will wie sollen wir vorgehen schon gut lassen wir two face den spaß verstanden das klingt nicht gut nein tut es nicht harvey two face dent wenn es in arkham city eine person gibt die weiß was gespielt wird dann ist sie es ja wie gesagt ich muss nach catwomen suchen das ist unsere erste aufgabe wird sein nach catwomen zu suchen und wir haben die batclaw das explosivgel hier den krypto scanner das batarang und das schallbatarang haben wir schon zur verfügung und wir gucken finde ich jetzt die stelle die die im leben gut genug bei two face mitzumachen ja also sind es mit äh hallo dabei werden die meisten von euch verrecken ein paar von euch werden haben sich sicher gegenseitig umlegen aber kann man sich sicher gegenseitig umlegen aber kann man sich aber auch hier man hallo batman aber mhm wir sollen einander umbringen stört mich nicht du kannst mich mal da mach ich nicht mit kein problem lauf nur weg du feiges Huhn wir werden dich später schon finden woher geht es da nein nicht da alle insassen von arkham sind für ihr eigenes wohl verantwortlich so schniffen die flieder aus hier rum nein hallo batman hallo batman hör mal auf damit so na also jawoll es gibt wieder die berühmten riddler trophäen ja ja wie ihr seht da oben ihr seht 440 und der typ ist wirklich verrückt und wir haben ja schon da oben irgendwo der cutscene und grün ist fragte ich um sie das ist auch gehört auch zu rätseln da sind ja zum beispiel solche schalter ja ja also es ist wirklich sehr sehr viel content hier zu holen ja hier sehen wir ein terminal das wir leider noch nicht benutzen können weil wir noch nicht den code haben das auch sehr wichtig ist ja hier ist so ein schalter wenn wir da runter gehen ne ok das ist noch einfacher aber das ist eine Zeitaufgabe alles klar aber wir können auch mit der Batclaw einfach das Ding holen ich habe schon zwei und ja ich denke mal da oben ist ein schöner Punkt da schießen wir uns erstmal kurz hoch und wir müssen jetzt hier die Typen down machen damit wir halt da rein können aber das machen wir im nächsten Part aber das machen wir im nächsten Part ja hast du mal gesehen was aus einem rauskommt wenn man zerteilt wird hm nein habe ich nicht hm ist übel Stücke von der Leber vom Herz das Zeug was denn Tufis Dent der war ja mal Staatsanwalt und so weiter und wie gesagt er ist durch eine Verletzung halt nicht nur geistig sondern auch körperlich zweigeteilt worden und wenn die Münze falsch landet sollte man abhauen bis zum nächsten Mal vielen Dank fürs Zusehen